Sie waren ja einverstanden mit dem Speicheltest. Ich fische einmal Ihre Mundhülle jetzt aus. Einmal hier vorne. So, ich nehme jetzt diese Kassette, führe sie hier vorne in dieses Gerät rein, nehme den Probenehmer, den ich gerade eben bei den Bürgern draußen den Speichel genommen habe, führe das Ganze hier vorne in das Gerät rein und jetzt warten wir fünf Minuten und dann bekommen wir ein Ergebnis. Wie Sie sehen können, ist der Test positiv auf Kokain. Das kann ich gar nicht eingehen.